Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir spielen heute Vehicles Letting, das ist in Roblox, also nicht nur neu und ich habe das schon ein bisschen angezockt und ich finde das Game eigentlich recht geil, aber jetzt bauen wir mal ganz kurz mein Auto Ich mach mal Nitro hier, soll ich Nitro machen? Ich weiß es nicht, mach ich Nitro in ein Tag lustig ist Ah, wartet eins kurz, Em? Em, 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 Ah, ich sehs wir machen meinen Rennen hab ich hier ein bisschen beschäftigt, vielleicht mit F Ah Es nicht mit F-Steiruse? Okay Ich, nein ich will einsteigen Okay, wir sehen uns, wenn wir eingestiegen sind, wartet So Leute, sind wir eigentlich gestiegen Prozent lang gedauern wir machen hier er ja erheben die nahe ich hab sie einen Tag so gut ihr Tiefkrieg während das war hier rein, da könnte man einigermaßen viel. Ah, ja, mit der Taste, okay. Hab's kapiert. Okay, wir haben Leute, ich hab mich mal, das ist ja nur, wenn ich jetzt sage. Hey, wir sehen uns immer, wir sind eigentlich scherter Platz. Und Leute, ihr wollt schnell noch gesagt haben, dass ich persönlich viele der fünf Wochen ohne ein Video, also Content an sich, das ist schon verdammt viel, find ich persönlich. Und deswegen hab ich mir gesagt, dass ich die nächsten paar Wochen dann, die nächsten zwei Wochen noch Videos planen, machen werde. Und dann fängt ja erst die Kur an und heißt ja nur drei Wochen, so ungefähr. Und ich hoffe, dass ungefähr doch auch der Fall wird. Oh, ja, fahren wir jetzt kurz zum Startbogen. Brems! Okay. Komm, beeil dich! Was machst du? Brems! Brems! Also, ja, mach los, bitte! Oh, geil! Geil, geil! Und, ja, ihr könnt gerne ein Like und ein Abo dalassen, würde mich sehr freuen und komm! Und, ja, wenn ich mehr von an sich Content liefern soll, ähm, ähm, dann sag mir einfach Bescheid. Ich hatte ja ein Infovideo geladen, ähm, da könnt ihr auch gerne noch mal vorbeischauen und ich, äh, sag euch, wie gesagt, die Idee in der Kanal-Info, wenn ich Ihnen das übergeben hab, heißt, am Samstag und Sonntag übergebe ich Ihnen das. Hoffe ich, dass es so klappt. ähm, und wir fahren mal ganz kurz zum Flughafen und holen uns auch mal ganz kurz eine Fl- das ist ja nicht. Ich fühl mich wie Savi an, halt das manchmal als Geführer, Aber nur so an manchen Stellen. Ah, nein, 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 nein. Geh jetzt hier raus. Nein! Sag mal, Alter, nee. Ähm, wir gehen mal hier rein. Hunderttausend, Alter, oh. Wie viel haben wir? Naja, obwohl, ist nicht mehr viel, ist nicht mehr viel. ist, ist nicht mal viel. Ich will mindestens heute ein Flugzeug haben. Weil ich hab gehört, dass er so richtig geil sein wird. Und Leute, ich würde sehr gerne, ähm, an sich, ähm, im Hintergrund, ähm, halt Musik laufen lassen. Einfach so als Entspannung. Allerdings, äh, das kann ich auch nicht, ich weiß, um wie es geht. Allerdings, äh, ich hab in meinem Programm einfach nur Songs drin, die Kopfhörigkeit halten. Und dann wird sich nur der T-Risier, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und das wäre nicht gut. Ui, komm immer noch rein rein. Komm, ja, geile Sauheit. Was ist mit dem Boden los? Was ist das? Warte, da fang, ihr habt das nicht erfunden. Ja, hier kommen wir hin. Weil ich mal schnell noch ein Screen for it. So ist Greenford gemacht. Screenshot. Oh, Alter, die Lacken. Ah, außer Verdrommel. Alter, du kannst wirklich in dem Game alles umfahren, außer das Interessant. Oh, Alter, das geht auch schon. Du kannst das, wenn wir nur so beenden, das geht nicht. Oh, oh, da ist ein Krasenverfall. Oh, ein Energieeinkommen. Warte, was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 er ist auch man kann okay ich bin mal grad zu bieten Prozent erzeugt das ist gerade etwas gelegt hat und ja ich wollte es ich würde sagen die Folge ist damit beendet und wir sehen uns nächstes Mal tschau tschau euer Gameplayer100 tschau